fuck die wand an man hast du noch coins? in der ecke kommen schon BITTE Epic LANDAY ich bin der liebe Epic LANDAY ethische LANDAY Epic 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 LANDAY Bin ich auch Epic LANDAY Epic LANDAY Epic LANDAY Epic LANDAY Spanii LANDAY ist verliebt Beruhig dich. Nö, komm runter. Wieso habt ihr nicht einfach nur Rushill gemacht? Genau, das war ein Kollege vom Clan. Aua, 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 aua. Jetzt habe ich die Dings drin. Cool. Komm, ich rush mal, damit ihr wisst, wie sich das anfühlt, ihr Ficker. Warte, ich mach nicht. Aber ich rush nicht rein, ich will kein Spiel, ich will den Uwe nur aufhalten, aber... Danach macht bitte Wunger Rushill. Da, da. Ach, come on. Nein, ficken. Aua. Entschuldigung, ich hab Tourette. Komm schon. Wunger Rush habe ich mal. Aua. Ja. Der Typ ist gar nicht mehr so schlecht, aber wenn die aufhören könnten zu rushen, dann würde das wenigstens Spaß machen. Ich weiß noch, die gute alte Zeit, wo No Rushill rauskam von, ähm, Bronn Master, das ist so ein Türke, den habe ich kennengelernt, der hat mir auch beigebracht, dass Türkler Türken heißt. Das wusste ich auch nicht. Und, ähm, ähm, der hat die Map gebaut. Gesegnet sei der Junge auf jeden Fall davon, dafür. Pfff. 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 Ja, und, ähm... Ja. 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 Ja, genau. Was ich sagen wollte war, das Witzige war dann, als die Map rauskam, die Leute wollten rushen, jeder sieht die da die Treppen runtergehen. Ach ne, die Treppe war ja gar nicht mal da. Das hätte witzig ausgesehen, wenn die da unten dann rausgekommen wären und dann wäre da so ein Abgrund gewesen oder so. Das hätte ich voll gefeiert. Ja, aber nein, die, die gehen dann immer alle hin, machen die Kiste kaputt, die er wenigstens da gelassen hat und dann gucken die, hä, wo ist die Treppe? Obwohl sie schon... Leiter. Ja. Wo, wo, Leiter, genau, Entschuldigung. Wo die dann da so gucken und nicht mehr gecheckt haben, dass die Map nur rushen heißt, ist der Typ jetzt wieder gerusht. Ich kann, ich kann mir das gar nicht geben, Alter, ich hab das Spiel nie wieder gespielt mit dem originalen Snape, ey. Das war echt ein Fehler, ich, ich kann das total nachvollziehen, keine Ahnung wie der Bau hieß. Der hat Sniper Hill gebaut und dachte so, das ist ja eine nette Idee, ein-, zweimal kann man so hin- und herwaschen. Außerdem hat er für die Map ja auch, ähm, die Flaggen oder ich weiß, die Flaggen auf jeden Fall auch die Bomben gesetzt, glaube ich. Ja. Hab ich auch schon mal gespielt gehabt damals, als das Spiel rauskam mit den Bomben. Aber das ist auch das Witzige, die Bestmaps, die kamen auch noch zu Season 1 und Season 2 raus. Ja, ich hab erst ab Season 4 gespielt. Was? Ja, ja. Willst du mich verarschen? Glaube ich nicht. Ja, doch. Ab Season... Du kennst das Spiel ab Season 4 auch, oder? Ne, ich hab's schon öfters in den Werbungen gesehen, wollte ich mir auch nicht immer holen, aber damit die Eltern nicht immer Ego-Schutz verboten haben, hab ich gedacht, ne. Deine Eltern? Ja. Wie alt bist'n du? 18. Was? Mit 15, 16 so verboten? Naja, okay. Ja. Ist besser als diese... Ich hab hier auch schon viele 14, 15-Jährige kennengelernt, die waren auch noch zu kindisch und so. Ja, ne. Ich hab aber auch... Aber dann eben, haben sie's halt verboten. Jetzt hab ich halt bei Season 4 mal mitgemacht. Die erste, die ich weggegangen hab, hab natürlich der Dornblaster. Ja, wir haben alle halt Tausende von Euros so... Also ich hab'n Kumpel, der... Ich hab' insgesamt ein paar Kumpels, die haben ein paar Hundert von Euros reingesteckt. Ich hab' auch so um die 2-300 Euro reingesteckt, aber das auch über einen großen Zeitraum im Prinzip. Aber das Spiel ist halt so lange und so alt und auch so klein, trotz ein paar Hundert Leute, ein paar Hundert Räume damals zu der alten Zeit, wo du dann dich kennst, wo du dann die Leute kennst wie in so'n Dorf in diesem Spiel. Ja. Oder mit YouTube kannte mich so jeder Zweite, der in den Raum gejoint hat oder so. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt wollte, aber das war halt witzig damals. Ich hab' jetzt so halt erwartet an dir, dass du auch... vor allem dein Level, als wenn du seit Season 4 spielst, niemals! Doch! Du hast fast das gleiche Level wie ich, außerdem, ich war noch viel höher, ich war noch... Ich bin jetzt, welches Level bin ich? Ich bin jetzt 46 und ich glaub' ich war um die 54 oder so, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vor allem, weißt du, das Geniale war, ich bin bis jetzt auf... welches Level bin ich? 45? Bis jetzt auf Level fast 40 oder 35 hab' ich nur Zombie-Modus gespielt, ne? Mhm. Mhm. Sollen wir Zombie reinmachen oder sollen wir... Ja. Also ich, ich bin echt dabei, alter. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer, wir haben die ganze Zeit aufgenommen und er hat's nicht gemeldet. Ich hab' aufgenommen, nachdem ich grad diesen witzigen, ich hab' so scheißficken Arsch gesagt hab' oder so, dann hab' ich angemacht. Schade, dass das nicht in der Aufnahme ist. Ich denk', wenn wir so die witzigsten Szenen passieren dann immer, wenn man's nicht in Aufnahmen hat. Warte mal kurz, bleib' mal kurz krone, ich will jetzt ins Board gucken. Pick and win. Board 2. Fuck die Wand an, man! Hast du noch Coins? Ey, Null. Als wenn, Mann! Als wenn, Mann! Okay, komm, ich, ich löse jetzt noch... Einen, ein Coin löse ich ein. Einen Coin löse ich ein. Einen Coin löse ich ein. Jaja, wir, wir spielen noch weiter. Welchen, wo soll ich den einlösen? Nur einen Coin. Soll ich den da links in der Mitte einsetzen oder oben in der Mitte? Board 2? Ja, Board 2. Okay, komm, drei Coins. Links unten. Links unten. Links in der Mitte. Ficken. Das ist nur Scheiße. Das wird nie benutzt auf diesem Account. Diese Coins sind nur da und... Okay, komm, ich hab drei Coins gesagt. Komm, jetzt noch einer oben in der Mitte. Okay, wo, wo kommt der letzte rein? Da, unten in der Ecke kommen schon... BITTE! Okay, ich hab noch 26 Minuten Prämie und danach spielen wir noch eine Stunde weiter. Damit wir nächste Woche Samstag 10 Coins haben, die wir dann einlösen. Okay, komm, wir suchten weiter. Wo haben wir noch hier?